BVB! 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 Hallo liebe FCH-Freunde. Ja hallo auch von mir. Spitzenreiter. So kann es weitergehen. Ja also, eine Momentaufnahme. Zweiter Spieltag. Trotzdem, das genießen wir. Unglaublich. Ja, und wie geht es dem BVB damit? Das ist die Frage, die sich für Freitag stellt Ja, es ist alles möglich Und wir haben das ja in unserem Song zum Spiel jetzt thematisiert Hier kommt der Song zum Spiel am Freitag Genau, viel Spaß Auf den Sieg natürlich Unbedingt Auf die drei Punkte, die wollen wir Ja Und ein Unschied wäre auch nicht schlecht, oder? Ja, natürlich Nehmen wir auch mit Wir sind ja bescheiden In diesem Sinne, ciao Ciao, ciao Bing, V und B Na, 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 na Verlieren, das tut weh Na, 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 na Ihr habt gerade ein Problem Na, 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 na Freitag wird unangenehm Na, 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 na Denn es kommt der Spitzenreiter Das ist der FCH Ja, wir gehen auf die drei Punkte Na, 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 na Denn ihr habt gerade ein Problem Na, 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 na Freitag wird unangenehm Na, 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 na Der FCH ist euer Problem Genau, genau Genau